Weißt du, warum ich gegen das Wechselmodell bin? Das Wechselmodell legt fest, dass das Kind zu gleichen Teilen entweder bei dir oder beim Ex ist. Das Wechselmodell ist an sich eine feine Sache, wenn sich die Ex-Partner, die Eltern noch gut verstehen. Allerdings mit einem toxischen Ex-Partner hast du vollkommen gelost. Mach es nicht! Und wieso das Wechselmodell nicht funktionieren kann, erkläre ich dir im zweiten Teil.